Ich denke schon, dass die Enttäuschung bei uns alle sehr, sehr groß ist und ist auch zu verstehen. Ich weiß, dass die Mannschaft verunsichert ist und deswegen klappen bei uns jetzt nicht die einfache Sachen. Der Druck ist für die Mannschaft einfach zu groß und wir haben, denke ich, letzte Spiele nicht gewinnen können, weil wir unbedingt wollen und dann klappt das nicht. Dann denken wir, nächstes Spiel müssen wir gewinnen. Und dann ist ja so wie Rote Pfannen bei uns, dass wir auch sehr schnell Gegentor kriegen, sehr einfach. Das ist ja nicht normal, dass wir heute wieder drei Gegentore bekommen. Wir investieren unwahrscheinlich viel. Wir haben natürlich, das ist echt bitter, dass wir wirklich die Scheiße am Fuß haben. Wir kommen dreieinhalb, viermal vor das Tor, machen drei Tore. Wir laufen in der Geschichte jedes Mal hinterher. Das ist natürlich umso schwerer. Trotz allem haben wir das versucht, umzubiegen. Gut, wir haben jetzt einen Negativlauf und da müssen wir irgendwie rauskommen. Jeder, der im Steuern saß, hat Fußball gesehen und hat auch gesehen, dass wir gut begonnen haben, dass wir motiviert begonnen haben, dass wir stark begonnen haben, bis wir wieder aus dem nichts, das 1-0 bekommen haben. Und von diesen Rückschlägen erholen wir uns im Moment einfach nicht so, wie wir uns in der letzten Saison erholt haben. Es ist auch immer wieder schwer, immer wieder dagegen anzulaufen, immer wieder dagegen anzulaufen, diese Kraft aufzubänden, immer wieder dagegen anzulaufen. Wir haben es versucht, aber ich sage, es spielt im Moment vieles eine Rolle und mit Sicherheit auch, dass wir nicht sehr viel Glück haben im Moment. Aus unserer Sicht ein klar verdienter Sieg. Wir haben sehr gut begonnen gegen eine verunsicherte Mannschaft. Wir haben es klar gespürt und haben es dann ausgenutzt und verdient drei Tore gemacht. Im Moment sieht es so aus, dass alles, was schlecht laufen kann, schlecht läuft. Für mich persönlich ist es das zweite Spiel in der Folge, wo ich ein Tor abseits schieße. Das ist auch ehrlich als Stürmer. Wenn ich nur zwei, drei Chancen im Spiel bekomme und ich stehe abseits, dann sieht man, dass diese Glücke, dieses letzte paar Prozent fehlt. Und dann auch mein Schuss, das geht einen Millimeter vorbei. Ja, letztes Jahr die Dinge, die gehen rein. Wir haben schon jetzt einige dieser Erlebnisse gehabt in dieser Saison und hatten eigentlich vor, darauf auch eine Antwort zu finden. Die Mannschaft hat sich sehr viel vorgenommen, spricht auch untereinander darüber, hinter der Woche, versucht das aufzuarbeiten. Wir hatten ja schon ein, zwei schlechte Auftritte. Wie gesagt, das Heimspiel davor gegen Kiel auch im Grunde eine Demütigung, die wir da erfahren haben. Die Unentschieden, wo wir dann zurückgekommen sind zwar, aber auch schon da sehr fehlerhaft im Spiel. Und da hat die Mannschaft sich eigentlich eine Menge vorgenommen. Das nicht geschafft, heute auch wieder auf den Platz zu bringen. Ich nehme mal vielleicht so 15 Minuten in der zweiten Halbzeit aus, wo man dann gemerkt hat, okay, da kommt noch mal eine Reaktion. Aber danach, nach dem 3-1, war das Spiel dann im Grunde genommen verloren. Und das hat man der Mannschaft dann auch angemerkt. in der nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020